Guten Tag, mein Name ist Jörg Scheehlen und ich möchte Ihnen heute unsere Fahrzeuge vorstellen. Einmal den bekannten Sunliner und unsere neuen Modelle Starliner als dreiräderiges Fahrzeug und den Starliner als vierräderiges Fahrzeug. Jetzt möchte ich Ihnen die Veränderungen an unserem Topmodell, dem Sunliner, vorstellen. Der Sunliner wird von uns schon seit zwei, drei Jahren verkauft und wurde jedes Jahr im Detail verbessert. Ganz neu beim Sunliner sind jetzt unsere neuen Sitze. Und zwar ist in der neuen Sitzgeneration der Sicherheitsgurt im Sitz integriert. Das erleichtert das Anschnallen ganz erheblich. Toll ist bei diesem Modell auch die optional bestellbare Sitzschienenverlängerung, die es ermöglicht, auch größeren Personen im Sunliner eine optimale Sitzposition zu gewährleisten. Ganz stolz sind wir auch auf die Möglichkeit, für diesen Sunliner einen Drehsitz mitzubestellen. Der erleichtert das Aus- und Einsteigen. Weitere Verbesserungen im Innenraum sind hier das integrierte Lenkradschloss und eine neue Schalterkonstruktion, die es ermöglicht, den Sunliner noch leichter zu bedienen. Alle weiteren Besonderheiten vom Sunliner können Sie natürlich auch auf unserem ersten Video sehen.